Mit der Trumset-Schule von Michael Lang stellt der Philoton-Verlag in seiner Schlagzeugreihe ein Schulwerk für den Anfängerbereich vor. Die Schule setzt keinerlei Kenntnisse voraus und eignet sich zum Erlernen der Notenschrift. Das praktische Querformat erlaubt einen großen, übersichtlichen und kindgerechten Druck. Feste Papierqualität und eine stabile Spiralbindung halten die Schule lange und zuverlässig zusammen. Die Trumset-Schule von Michael Lang besticht durch ihren methodisch-logischen Aufbau. Zuerst Erlernen von rhythmischen Grundfiguren, dann die Umsetzung auf die verschiedenen Instrumente des Trumsets. Die Schule ist für den Unterricht, nicht für das Selbststudium konzipiert. Trotzdem erhält der Schüler für die Kontrolle zu Hause Tipps zur Körper- und Schlägelhaltung. Rhythmische Grundfiguren werden mit Sprechhilfen als Gedankenstützen eingeführt. Nach der Vorstellung der Grundfiguren folgen die ersten, einfachen Übungen. Diese beginnen sofort mit der Umsetzung der erlernten Rhythmen auf das ganze Drumset. Die Drumset-Schule von Michael Lang verzichtet auf langweilige Patterns und Wiederholungszeichen. Sie bindet das jeweilige spieltechnische Problem, gut sichtbar, oben links eingekreist, in ein komplettes kleines Spielstück ein. Dabei kommen Übungseinheiten für die Koordination der Füße ebenfalls nicht zu kurz. Die Einführung einer neuen rhythmischen Grundfigur wird immer mit einer Wiederholung der bereits erlernten Rhythmen verbunden. Das erleichtert die Unterscheidung der Figuren. Jede neue Grundfigur wird mit einer Sprechhilfe vorgestellt, mit viel Spiel- und Übungsmaterial vertieft und auf das ganze Drumset umgesetzt. Zur rhythmischen Stabilisierung werden diese Übungen oft mit ostinaten Figuren in den Füßen begleitet. Die Umsetzung der rhythmischen Grundfiguren auf das ganze Drumset und die Automatisierung verschiedener Bewegungsabläufe sind ein Hauptanliegen der Schule. Dafür stehen zahlreiche Übungen zur Verfügung. Der Lehrer hat immer die Möglichkeit, eine noch nicht voll erfasste rhythmische Grundfigur oder ein Problem mit bestimmten Bewegungsabläufen mit immer neuen Übungen zu behandeln. So kommt es beim Schüler zu Hause und im Unterricht nie zur ständigen, oft wochenlangen Wiederholung derselben Übung. Vielmehr wird dieselbe Problematik in immer neuen Zusammenhängen behandelt. Die Drumset-Schule von Michael Lang besteht bei aller methodischen Kohärenz vor allem aus Spielmaterial, aus kurzen, konzerttauglichen Stücken. Hier zum Beispiel wird nach der Einführung der rhythmischen Grundfigur Achteltriole in einer ganzen Serie von kleinen Stücken der soeben erlernte Inhalt vertieft, ohne auf langweilige Patterns zwischen Wiederholungszeichen zurückzugreifen. Dabei werden, quasi spielerisch, auch Triolen-Breaks über das ganze Drumset und Grooves im Achteltriolen-Feeling erarbeitet. Ein weiteres Beispiel stellen die Übungen zum Achtel-Beat dar. Durch die zahlreichen kleinen Stücke steht dem Schüler abwechslungsreiches Material zum Üben zu Hause zur Verfügung. Das notwendige Koordinationstraining und die Automatisierung der Bewegungen erfolgt spielerisch. Obwohl im Prinzip jede der Übungen dieser Drumset-Schule konzerttauglich ist, stehen am Ende jedes Abschnitts einige kleine Soli, die hervorragende Zielpunkte für Schülervorspiele und außerdem eine musikalische Motivationsquelle für jeden angehenden Drummer darstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Drumset-Schule von Michael Lang verbindet auf eindrucksvolle Weise Methodik für Anfänger und Freude am Musizieren auf über 140 Seiten mit nahezu 120 Übungen. Ein großer Vorrat an Spielmaterial sorgt dafür, dass der Schlagzeugunterricht und die Übungslektionen zu Hause stets abwechslungsreich bleiben. Am Ende jedes Abschnitts stehen als motivierende Zielpunkte Solostücke, die sich hervorragend für Klassenvorspiele eignen. Die Drumset-Schule von Michael Lang macht Schüler mit den wichtigsten Notationsgrundlagen vertraut, schult die Bewegungskoordination und trainiert gezielt die Automatisierung von Bewegungsabläufen. Sie ist damit auch für absolute Anfänger geeignet. Die Drumset-Schule von Michael Langs Die Drumset-Schule von Michael Lang, erhältlich nur bei Philoton.